Hallo liebe Leute, heute machen wir eine schnelle westfälische Bohnensuppe. Warum schnell? Weil wir vorgekochte Bohnen nehmen, dann kann man das Rezept auch wunderbar nach der Arbeit abends noch kurz schnell zubereiten und essen. Der ist dort ungefähr 20-25 Minuten und mehr nicht. Ja, und wenn ihr mal sehen wollt, wie das Rezept geht, dann nehmt einfach mal dran und dann starten wir jetzt. Ich habe hier etwas Sellerie, das sind ungefähr 200 Gramm. Ich kann es nicht nochmal genau abwiegen und das würfel ich relativ klein, denn ich möchte, wie ich ja gesagt habe, zu schnell garen, kleine Stücke haben. Und dann geht ihr hin, nehmt so flache Stücke, teilt die nochmal in der Mitte durch und dann könnt ihr das wunderbar runterwürfeln. Und die gleiche Menge nehmen wir einmal an Karotten. Die einmal, die Enden abschneiden. Ihr könnt schon mal ein bisschen Brühe aufkochen und ungefähr für zwei Personen, ja je nachdem wie viel ihr essen möchtet, ungefähr einen Liter Wasser. Vielleicht reicht es auch für drei Portionen. Und dann kochen wir dran, ein Liter Wasser Brühe auf. So, jetzt habe ich es. Das gleiche machen wir mit den Kartoffeln, die auch einmal schälen und dann fein würfeln. Und schreibt mir doch mal bitte eure Lieblingssuppenrezepte in die Kommentare und welches ich denn mal unbedingt nachmachen soll. Und ihr könnt mir gerne mal auf meiner E-Mail-Adresse das Rezept schicken. Da würde ich mich echt drüber freuen. Und wenn ihr dann ein Abo noch da lasst hier auf YouTube und ein Like auf Facebook, damit ihr nichts weiter verpasst, würde ich mich auch drüber freuen. Ja. Und wenn ihr Kartoffeln habt, die relativ groß sind, dann schneidet ihr einfach in der Mitte nochmal horizontal durch. Und dann einfach hier runter würfeln, dann habt ihr alles gleichmäßig gewürfelt, das ist immer ganz schön. Dann verwandeln wir einmal ein Liter Wasser in Brühe. Ich nehme jetzt hier Rinderbrühe, weil das für mich jetzt etwas fleischiger werden soll. Wenn ihr das alles vegan oder vegetarisch machen wollt, also eigentlich dann vegan, dann lasst ihr einfach die Rinderbrühe weg, nehmt Gemüsebrühe, vegane und dann war es das vom Fleischeinsatz her. Das hier einmal kurz aufkochen lassen und dann können wir schon das Gemüte dazugeben. Und dann einfach alles zusammen reingeben. Die haben alle ungefähr den gleichen Garpunkt, weil die jetzt alle also gleich groß geschnitten sind. Und dann können wir kurz 5 Minuten, oder 4 Minuten, 5 Minuten bevor, dass hier alles fertig ist, unsere Bohnen dazugeben, damit die noch einmal schön warm werden und, ja, weich sind sie eigentlich schon. So einfach nur zum Warmen werden dazugeben und kurz mitkochen. Für die Fleischfraktion haben wir hier einmal Bauchspeck und Mettenden. Und je nachdem, wie viele Personen ihr seid, könnt ihr entweder das nehmen oder das oder gemischt. Also bei mir ist das jetzt so, ein Stück kriegt meine Frau und eine Wurst kriege ich und der Rest wird eingefroren. Weil wir eigentlich nicht so viel Fleisch essen, aber manchmal muss es einfach so gerade im Herbst, Winter so etwas Deftiges sein. Ja, und ihr könnt die Wurst ganz lassen oder in Scheiben schneiden. Und das mit dem Speck das Gleiche, aber ich werde den hier auf jeden Fall in Scheiben schneiden. Bei so einem Speck hier entferne ich immer diese Haut, die geht gar nicht. Also ich jetzt zumindest. Also ich esse den Speck hier sowieso nicht sonst sonderlich gern. Und in diesem Fall lasse ich den jetzt auch nicht aus, sondern ich werde den so dazugeben. Und den werde ich halt in Zentimeterbreite Stücke schneiden. Da es ja schon geräuchert ist, muss man den ja auch nicht großartig tot kochen, weil ich es sowieso nicht empfehle. Und bei der Wurst, die werde ich einfach so ganz da reingeben. Ich habe jetzt hier die Brühe und ich habe jetzt das Gemüse, das dauert ungefähr 6 Minuten bis es fertig ist. Und jetzt gebe ich einfach die Bohnen hier rein. Ich nehme jetzt zwei verschiedene Bohnen, weil erstens ich jetzt keine bestimmte Bohnenart dafür gefunden habe. Und ihr nehmt einfach ganz normale weiße Bohnen. Ich habe jetzt hier einmal Bolotti-Bohnen, einmal Wachtel-Bohnen, deswegen die braunen sind die Wachtel-Bohnen, die weißen sind die Bolotti-Bohnen. Ich glaube, das sind auch eher die klassischen. Ja, und einfach nochmal kurz mit dampfen lassen, mit heiß werden lassen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das zum Schluss noch einmal halb pürieren oder etwas stampfen. Gerade hier jetzt so das Gemüse, wenn das schon durchgegart ist, weil dann gibt es noch so eine semige Konsistenz. Aber es gibt auch welche, die mögen, das ist einfach klar mit klarem Gemüse drin. Und ich zeige euch gleich, wenn ich es noch stampfen würde, ansonsten esse ich es halt einfach gleich so. So, und das ist jetzt die fertige Suppe. Ich zeige euch mal ein bisschen. Also, Farbe ist immer noch schön vom Gemüse. Gut, die Sellerie ist ein bisschen bleich geworden, aber immer noch leuchten schöne Karotten haben wir hier. So, die Suppe ist, die Brühe ist ein bisschen getrübt durch die Bohnen. Das kommt automatisch, weil die platzen ja ein bisschen auf. Ähm, ja, und jetzt ganz wichtig, würzen. Ja, Pfeffer, Salz, Majoran dran. Und Majoran fangen wir am besten direkt mal an. Wir nehmen einen Teelöffel erstmal. Schönen Teelöffel seht ihr hier. Einfach reingeben. Dann Pfeffer auf jeden Fall rein. Immer ordentlich würzen, ganz wichtig. Und Salz, ihr habt den, wie viel Brühe wir drin haben. Noch ein bisschen Salz rein. Und dann alles einmal untergeben. Jetzt noch etwas Petersilie klein schneiden. Ich habe nicht mehr genug. Aber mir wächst ja eigentlich keine frische Petersilie, wisst ihr ja, wenn ihr meine Videos kennt. Und diese fein hacken, dazugeben und dann noch ein bisschen Butter einrühren. Eigentlich kann man die Petersilie mit der Butter auch wunderbar vorher vermengen und dann einrühren. Aber mache ich jetzt anders. In der schnellen Variante. Eigentlich ist das Verhältnis so. Ein Esslöffel Butter, zwei Esslöffel Petersilie. Und, wie gesagt, einfach einrühren, schmelzen lassen die Butter kurz. Und wenn das sämig ist, wird es sich noch besser verbinden. Tut es jetzt nicht. Ich werde es einfach so lassen. Und dann mache ich euch das Tellerbild und bin dann raus. Und das war es dann schon wieder. Die Suppe sieht ja richtig lecker aus. Schickt mir mal eure Lieblingssuppenrezepte. Zum Beispiel an info.lecker.net Oder schreibt es in die Kommentare oder in die Facebook-Pinnwand. Und dann bin ich raus. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.